Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge und ja, wie ihr seht, meine leise Sneaker wieder, äh, sie, eigentlich sind hier mal bei der Königin, äh, ja, jetzt ist es halt ein bisschen heller und jetzt probieren sie irgendwie, es wieder dunkel zu machen, aber, naja, es wird ja gleich dunkel, ich werde denen jetzt nachher dann das Zuckerwasser geben und wie ihr schon seht, guckt mal da oben, die haben echt richtig viel Brut und ich freue mich da echt drauf. So, ich glaube die nächsten paar Arbeiterinnen werden in der nächsten, äh, Woche auf jeden Fall schlüpfen, äh, bei meinem Messer warte ich schon ewig, dass die Eier sich zu den Larven entwickeln, aber egal, wie gesagt, hier ist das Zuckerwasser und, ähm, mit der Spitze mache ich es rein und dann würde ich sagen, machen wir das mal kurz. So, hier habe ich es jetzt ein bisschen rötlich gemacht, ja, meine Rotlichtlampe quasi, sie saugen dort am Zuckerwasser, ich glaube das gefällt ihnen, ähm, und wenn ihr zum Schluss, könnt ihr dann nochmal sehen, dass die Gas von den, also das Hinterteil richtig voll ist und, ähm, so durchsichtig ist. Und, ja, links sieht man jetzt vielleicht nochmal so eine große Larve, muss mal ein bisschen genauer hingucken und, äh, das weiße da jetzt links, das ist Watte, das haben die irgendwie abgemacht, vielleicht Reisestress, ich weiß es nicht. Und, ähm, ja, sie saugen, wie gesagt, am Zuckerwasser, das finde ich gut und, ja, wie ihr schon hört, immer noch, ich bin immer noch erkältet, ist erst ein Tag her, aber, naja, hier ist nochmal die Königin und die Arbeiterin schlecht zu sehen, wie gesagt, wie in den ganzen Rotlicht-Sachen. Ähm, aber ihr werdet es gleich noch besser sehen, aber immer, wenn ich die rote Folie abmache, quasi hier, dann gehen sie vom Zuckerwasser weg oder, dann probieren sie es halt, dass es wieder dunkel wird. So, hier ist es irgendwie ein bisschen verpixelt oder so, das ist unabsichtlich auf jeden Fall, das tut mir leid, aber hier kann man auch mal echt gut zählen, wie viele Arbeiterinnen das sind. Das könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, aber nur, wenn ihr euch echt sicher seid, aber es würde mich auf jeden Fall mal richtig freuen. Und, wie ihr schon seht, am Zuckerwasser sind die gerade nicht so dran, aber man sieht, der Gas ist schon ziemlich voll bei denen. Aber schon sage ich Tschüss. Ähm, brauchen halt jetzt ein bisschen Ruhe wieder. Ich werde die jetzt morgen, wenn ich probiere, irgendwie noch in den Sekt zu geben. Hier mit der Rotlicht-Lampe kann man da echt ganz gute Videos machen, wie gesagt, weiter zu empfehlen. Und, wenn ihr nicht wisst, wie man es mit dem Zuckerwasser macht, ähm, so ungefähr ein Drittel Zuckerwasser und, ähm, zwei Drittel Wasser, also ein 1 zu 2, glaube ich, Verhältnis. Ich weiß es nicht. Und, ähm, ja, mit der Spritze mache ich das Szenar 3, weil, ja, macht man halt so. Okay, und dann, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und, ähm, ich halte euch mit meinem Lasus Nigga und meinem Messor Barbaros, ähm, auf den Laufenden und dann würde ich mal sagen, ciao, Leute. Und, ähm, ich halte euch mit dem Video. Vielen Dank.